Hallo und herzlich willkommen zurück zu How I Met Your Liga, was heißt ich? Keine Ahnung. Wie verlieren wir aktuell jedes Spiel? Das ist so unser Ziel, was wir gerade machen. Diesmal haben wir einen Mechaniker in der Mitte. Ich finde den Namen. Mach mal den Classic Botland. Worte Kaiser Rammus Botland, was ist denn das? Worte Kaiser Rammus Botland, ja ne, ist klar. Jetzt spiele ich Blitzcrank Jungle. Okay. Habt ihr irgendwann einen Bannenwunsch? Ähm, Hackarim. Okay, ich war nicht mehr Hackarim mehr. Soll ich mal Kragas spielen? Kragas hab ich noch nie gespielt. Oh, jetzt haben wir einen Mechaniker in der Mitte. Jetzt sag ich doch, wir haben einen Mechaniker. Der Typ, äh... Soll ich Kragas spielen? Ich hab noch nie Kragas gespielt. Ich weiß nicht wie der geht. Ich weiß, dass er daschen kann. Dann fast. Mehr brauchst du auch nicht. Oder Skana. Skana kann ich gerne gespielt, klar. Skana hatte ich ja... Was ist gut, Skana hatte ich schon länger nicht mehr, stimmt. Meintest du das jetzt mit der Modern-Kaiser-Lane, mit Classic-Lane, oder was meintest du jetzt vorher? Wasser. Ja. So... Das kannst du bringen, wenn wir privat spielen, oder? Das ist doch hier privat. Das ist alles unter vier Augen. Ich hab zwei und hab noch ne Brille. Dann musst du Mordekaiser von leben. Nee. Ich kann auch Rammus im Jungle. Das Problem ist halt eben, ich bin jetzt eben gerade counterpickt. Also was möchte unser Support haben? Bar. Äh... Und hast du Skana? Nee, hab ich nicht. Leider nicht hier. Na komm, ich geh es gar nicht. Ich geh es gar nicht. Ich geh es gar nicht. Das wird schon... Das wird schon einfach zu fester Euro. Irgendwann kommt der... Äh... Rise. Ja, da kommt der Nidalee Jungle Pick. Das kann witzig werden. Es reicht, wenn Nidalee nicht gefeedet wird. Das reicht mir vollkommen aus. Weil ich bin jetzt nicht der Top-Jungler. Ich bin nicht der Beste-Jungler. Das weiß ich auch. Aber ich versuch mein Bestes. Aber solange wie gefeedet wird, kann ich nichts machen. Hm. Ach komm. Oder? Na? Na ist auf der Top-Lane ziemlich gut. Na ist auch in Fights ziemlich gut. Aber ich denke mal, es wird ein Rise-Mitte oder... Kann auch ein Rise-Top-Lane sein, ne? Okay, es ist ein Sion Top-Lane. Kommst du gegen den Sion Top-Lane klar? Brauchst du Hilfe? Ja, frag mich Inhalver, warum er das reingepackt hat. Ist das nicht schlechter? Naja, es geht Sion eigentlich darum, dass er stirbt und dann... Damage macht. Nicht vorher. Oh Gott. MF-Support. Oh Gott. Hm. Was pickt man denn da rein? Er kann jetzt ja auch sowas machen, oder? Ne, Morgana ist gar kein schlechter Pick gegen sowas. Naja, aber wir können sie ja ausprobieren. Ja komm. Probieren wir es. So... Nicht die falsche Masse, die ich mitnehme. Ist mir schon mal vorgekommen, ne? Soll ich Flash oder soll ich Ghost? Der Flash oder? Flash-Ult? Ja, ist bei Scanner ein bisschen schwierig zu treffen, aber... Ja, ist okay. Ja, kann ich machen. Ich mag ihn mit Flash nicht so gerne, aber ist egal. Oh Gott, Alter. MF-A-Z. Oh, ist das eine ekelhafte Bot-Lane. Da müsst ihr durch. Da müsst ihr alleine durch. Kann ich nicht schlafen einfach. Ja. Ist glaube ich auch ganz gut, wenn ich mich da unten nicht blicken lasse. Hm. Ja, das Problem ist, äh... Ich komm nicht ran. Und wenn ich ran komme, bin ich tot. Weil Vel'Koz im Early einfach so richtig schön den Damage hat. Die haben keine Frontline bis auf den Cyan. Das heißt, Cyan zerstören, die haben keine Frontline. GG. Ja, dann komm da easy durch. Klingt nach dem Plan, können wir machen. Können wir machen. Vielleicht kaufe ich mir auch diesmal Schuhe. Es gab letztens ein Scanner-Match, da hatte ich keine Schuhe gehabt. Oh, schön! Ne? Also wird ganz entspannt, würde ich mal so spontan sagen. Weil, ähm... Unsere MMA ist mittlerweile so unterdurchschnittlich, dass wir gegen 2 Silber 1 spielen. Oh. Uh. Das ist, äh... Super. Das ist jetzt unser viertes Game heute, ne? Ja. Äh, und zwar die Nidalee und der Rice. Höchstwahrscheinlich Pre-Made, geh ich mal spontan von aus. Mäp, mäp. Mäp, mäp. Hahaha. Das ist genau so, was wir vorkommen. Ah, ist schön, wie passend auch. Ist ja wahrscheinlich Pre-Made. Mäp, mäp. Ach, ich schmeiß mich weg, du. Stimmt, Thunderlords. Raffel die Kartoffel. Die möchte wahrscheinlich sehr, sehr schnell durch. Hat also noch nie die neue Nidalee gespielt. Ja, gut. Wenn die MMR schon sagt, du bist Silber, dann weißt du Bescheid, du bist angekommen. Hahaha. Hau, I bet you, Booster. Kann aber auch sein, dass sie mit irgendwelchen, irgendeinem von den Goldleuten Pre-Made sind. Äh, ja, das kann auch sein. Ich geh mal davon aus, also irgendwo muss da was Pre-Made sein, weil sonst, äh, würden wir nicht so ne komische Konstellation, glaub ich, gegen uns kriegen. Schon ein bisschen weird. Na gut. Ich hab sogar die Vermutung, dass Nidalee bis Fortune, Rise und Velcroz die B-Made sind. Das heißt, sein ist, äh, Haupt-Target, ja? Äh, geh mal erstmal hier verteidigen, ne? Und da einen nehmen, wa? Ja klar. Oh, easy. Alle, oder was? Pff, ja, also unser Top-Lainer sollte vielleicht da oben nehmen, ne? Der Mechaniker ist immer dabei. Na, haben sie uns gesehen oder nicht? Wir haben sie nicht. Ja, wir haben sie uns gesehen. Ah, dafür wischt, dafür wischt mich der scheiß Speer. Weil ich gedodged habe. Goodbye, goodbye to everybody. Der Brand. Soll er auffallen... Oder wisch ich den von mir? Im vier. ich hab die länge jetzt nicht einschätzen können ist egal lasst ihn denen ja muss dann noch ein wir können ihn gleich wieder zurückholen wenn die weg sind bei der brand könnte eigentlich schon mal ein weder reinmachen müsste eigentlich von aus treffen und du können zum q treffen das sind die treffer ist alles geld nice job der double poke ist heftig annäherndes sarkasmus ne der poke ist wirklich hart der ist wirklich sehr sehr gut sogar deswegen sollte ja der brand schon nach möglichkeit er eigentlich reinmachen aber gut den kann man das nicht sagen so die schirren sind bereit das sollte reichen dankeschön bitte gerne gerne so führt jetzt mal carrie ja naja nach der blöden mauschel vorhin das wird schon das wird schon irgendwann hätte ich jetzt nicht eigentlich mein e mitnehmen sollen oh gott ich bin schon wieder kennengedustet wer jetzt gar nicht so lange nicht gespielt das egal wie geht auch hier gibt es nicht ich habe eine niederle ich bin tot ja ich bin tot ja ich bin tot weil keiner reagiert keiner kommt mann ich kriegste gerade hals plack aber richtig du was ist denn mit dem los ey der typ geht mir so auf den zeiger ne in counter gang seit wann nacht man ja silber silber elo ja klar da wird sowas noch gemacht gott legt mich doch am arsch ok auch was ne na komm ja jetzt hier lass ich dran pushen ja will doch fahren wir deshalb ja wohl den pole krieg ich aber alles natürlich funktioniert hat wenn du nicht darauf damit rechnen ist dass er dann kommt ich komm mir nur in meinem item kaufen gar nix wird schon wird schon wird schon ich mit dem late game eh useless sein ich wollte es jetzt eigentlich nicht unbedingt um die nächsten sechs stunden spielen ich freue mich eher im grad dass ich ein bisschen was von meinem jungle krieg das ist jetzt halt alles ist gut das hätte ich getroffen ja klar aber da hätte ich nicht drauf kommen müssen ok was für niedle ist hier unten noch nichts zu sehen ja doch die wird aber auch höchstwahrscheinlich aktuell darauf warten dass ich wieder in meinem jungle komme oder so keine ahnung was die macht ne die ist top end glaube ich das kann sein ja ja da kommt sie auch oh wei good job bin eh tot ja aber trotzdem good job wieso der typ spielt so passiv ne wer ja das ging nicht anders der welkos der welkos braucht immer nur eine q und dann geht er wieder 20 jahre zurück ok das ist gut für uns gute information warum das macht irgendwie nicht viele wie viel farm hat es jetzt 17 zu 19 nein 17 zu 10 na toll man könnte auch behaupten sie hätte mich auch farmt ja ich bin der pro heute ja ja wie sieht so farmmäßig aus ey du liegst vorne auch wenn nur gering na wo ist besser als nichts fancy bitte können wir gut nicht ja ich hätte es auch besser spielen können ich hätte auf den seinen ehen müssen anstatt weg zu ehen alle dude macht dir keinen kopf zwei künste nicht vorhanden sind ok ok der ist mega passiv walders kenn ich gar nicht die sind beide mega passiv ja das ne le punkt solln wir kommen oder oh ist er ok das ist rip dann sollen wir mitlehn einmal waren ja naja geht ihr jetzt drauf oder nicht Morgana. Guck mal, sie sind zu safe. Beide Flashes sind raus, danke. Das wollte ich doch noch. Mehr wollte ich doch gar nicht. Nidaleh ist Mitte. Oh Gott. Nidaleh kommt Richtung Top. Gut, dass ihr ihn nicht unten hättet. Also ihr habt jetzt beide Flashes raus, jetzt könnt ihr ja da unten was machen. Was ist? Dieser Wildkurs, Alter. Oh, das war gut, ey. Also nicht so ein Schadensoutput, sondern jetzt. Du weißt schon, was ich meine. Ich pushe den Sion immer so hart rein, dass ich nicht denken kommen kann auf Top-Lame. Vor allem auf einmal ich bin sehr aggressiver. Komisch. Level-Locker-Mannas wahrscheinlich. Jetzt pusht er, glaube ich. Nein, nicht wirklich. Aber gut, er ist auch Level 6 schon, ne? Ich noch nicht. Das wird bei mir wohl auch noch ein paar Minuten dauern. War da ein Nidaleh? Ja, ich hab ne Nidaleh gefunden. Meine Mama macht das. Ja, ich krieg die Kappe nicht. Was auch? Mann, ey! Wenn ich keinen Smite abhabe, muss Smite auffahren. Ich brauch Träne. Ja, ja. Soll es auch aufpassen, dass du nicht so viel Schaden bekommst, ne? Ich hab halt eben noch kein Level 6, Mann. Das kotzt mir an hier. Weil ich nirgends, wo ich gerade ganken kann, nix machen kann. Scheiß Early-Gang. Ein fucking Early-Gang. Nidaleh ist Bot-Side. Hm, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Vielleicht macht sie auch gerade in Drake. Keine Ahnung. Alleine? Ja, weiß ich doch nicht. Nidaleh möchtest du das eigentlich nicht kriegen. Ja, hier hat der Typ hier laufen drauf. Nice. Jetzt komm endlich rumgelaufen, Mann. Scheiß Teil. Na, super. Ich muss mir das kaufen. Kommen sie, der Herr. Der Bot ist Mist. Wahrscheinlich auch weg. Sehr gut. Ich meine, die haben oben den Busch geholt, ey. Pink? Ja, den da. Trailer stacken, macht Spaß. Ja, bist der Trailer. Das ist deine Hauptaufgabe heute. Ja. Hi, Ole Brauns. Ist das Ding schein gehen? Nein. Das nehm ich absichtlich nicht ein. Also, du kannst es gerne einnehmen, ne? Aber wenn ich's einnehme, ist das ein bisschen beschissen. Weil sie dann sehen, wo ich bin. Ja, aber dann nehm ich's ein. Ja. Fünfzehn. Fünfzehn Free Gold. Ist hier ein Fadenboard jetzt drin, oder? Ja, komm, 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 go, 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 go. Wo? Wer will der denn? Hab sie, hab sie, hab sie, hab sie immer noch. Hm, er ist tot, aber... Ja, die ist raus. Die ist raus. Ist okay, ist okay. Drake, Drake, Drake. Geht doch! Mann! Kann ja nicht wahr sein, dass ich so Abfall bin. Manchmal. Ich hab jetzt keine Ulti, ne? Ja, mach nichts. Ja, fast schon. Vielleicht worden wir gebannt. Echt doof, aber ey. Mach mal mit, fast schon. Nicht, dass ich von der Seite... Ja, ich wusste. Oh. On point. Ja, ein bisschen zu früh. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt. Weiß ich auch noch. Postion. Ah, die Nidalee hat unseren Blue gemacht. Schön. Oh, weiß ich. Bin sie rein, oder? Nice, good job. Schön gemacht. Hier, können wir killen. Geil. Geil. Good job. Oh, yes. Ey. Ganz ernsthaft, von mir aus... Meine Skills sind on point, ey. Von mir aus kann die Nidalee sehr, sehr gerne unseren Blue machen, wenn ich dafür unsere Spotlane-Pet mache. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ich bin einfach boosted, Alter. Das ist unglaublich. Ja, ich kann dem gerade nichts machen. Außerdem habe ich 2000 Gold. Ich gehe jetzt back. Die werden das jetzt pushen. Ja, was sollen wir machen? Ah, fuck, Mann. Guck dir mein Leben an, dann weißt du, warum ich nicht vorbeikomme. Ich könnte TP'n. Wenn... Nee, nee, bringt nichts. Naja, passt schon. Die werden den eh nicht bekommen. Naja. Wenn du wiederkommst, ne? Ich hab nichts für los. Ja. Aber ich seh ihn schnell, ne? Ich auch. Hm. Ja, ist okay. Ich hätte nicht... Ich hätte nicht erwartet, dass sich das tötet. Weiß kommt Spotlane. Ging in Tower. Scheiße. Ging sie in Tower? Naja. Ja. Oder? Meckles auf jeden Fall. Oh, der ist zu low, Alter. Ich hab kein E. Was auch... Niederläh... Niederläh... Fuck es. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Ey. Brent. Dein Ernst. Mach Scheiße. Ey. Die ist tot. Nee, oder? Ich krieg sie. Ich krieg sie. Ich krieg sie. Kein Angst. Die exekuue. Super. Ich hab dir doch irgendwie schattet. Ich krieg noch nicht mein Assist jetzt mehr dafür. Komm her jetzt, ey. Komm Nelly. Du kannst das her. Komm jetzt her. Die exekutet sich. Oder er tötet dich noch. Das ist ein Witz, Alter. Riech. Auto-Hit. Easy. Ja, ich bin blind. Ich bin offensichtlich ganz blind, Brent. Du warst in der Mitte. Ich war bei unserem... Äh, ist egal. Ja, zoning, genau. Ah. Meine Q ist eine Sekunde zu langsam geflogen, ey. So seid ihr ihn noch festgehalten. Na gut. Tod ist Tod, oder? Okay, Top-Lane wie er will. Sehr gut. Ey, ich krieg doch was von meinem... Jungle. Haben wir Samza? Wer? Bot-Lane? Ja. Ich glaub schon. Möchtest du, ähm... Herold? Ich bin grad ziemlich low. Möchtest du, wenn du wieder kommst, Herold? Ja. Ist er im Boot hier? Oh, hallo. Oh, da. Nichts gewinnen. Alter, der Pokes ist richtig nice. Ist richtig nice. Na komm, chase mich ruhig weiter. Ich komm nicht von der Nidalee weg und der Brent moved einfach nicht seinen verfickten Arsch, weil er zwischen unseren... Dingern gesont wird. Mann! Wie kann man sich den so fett zonen lassen in seinen eigenen vier Wänden? Boah, ist das lächerlich. Dieser Blecher... Das ist so lächerlich! Wollen wir mal? Na klar. Wir denken endlich bespürbar. Der tiltet mich! So hart am tilten, ey. Go, go, go. Genau ist da. Jetzt. Ich werde sterben. Super, Alter. Hast du keinen Q? Du? Jetzt müssen aber beide sterben, naja. Ja, wir haben sie beide, aber trotzdem. Hast du keinen Q? Ja, hatte ich schon gemacht, aber das war irgendwie... Das hat nicht gehittet. Naja. Liegt am Zonen. Ich weiß nicht wieso, es war eigentlich ein bisschen drauf. Ja, wir werden hier alle ganz, ganz hart weggesomt. Naja, scheiße. Er will mir erzählen, dass er zwischen seinen eigenen Towern gesowned wird. Wen will er eigentlich verkackern? Du hörst dich immer so hart sarkastisch an, ne? Geh, geh, geh. Ich hab schon wieder... Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, danke. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Ja, ihr werdet gesowned, ich weiß. Ihr werdet gesowned, ich weiß. Nein, nein, ihr werdet gesowned, ist alles gut. Alter, jetzt noch ne Ulti, Brent, und der wäre tot! Oh, shit, ey, oder? Ult. Goddamit. Es ist doch nicht normal. Ist das so schwer, eine Scheiß-Taste zu drücken? Ey, der ist einer gestorben, oh mein Gott. Nimm F ja, ich pushe jetzt den Tower von denen. Ja, ich pushe ihn nicht. Warum kann ich seine Ult nicht pingen? Ich will seine Ult pingen, dass er sie hat! Ach, Mann. Ich habe nie eine Liste. Nein, nein, please nicht. Nein, es ist eine Phrase, darum ging es gerade nicht. Ja. Das ist blöd. So, jetzt hat er. Oh, jetzt hat er nochmal einen abgefangen, das ist sehr gut. Kannst du noch pushen? Weiß nicht. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder im Jungle gehen, aber geht ja nicht. Oh, schlimm. Unaufhaltbar. Ey, ist das Unwitz heute? Alter, ich hasse MF, ich mache so viel Schaden einfach. Kommst du weg? Ja, ich bin safe. Ich bin einfach schlecht heute, es ist ohne... Ich habe keine Lust mehr. Ich bin 0-3. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Machst du nix. Komm, ich kann auch dagegen nichts zonen, weil da einfach 20 Leute stehen, die einfach... Einfach farmen. Einfach farmen. Farmen bis zum Umfallen. Wolltest du jetzt eigentlich den Herold haben, oder nicht? Wenn ja, sollten wir den jetzt machen. Ne, völlig in Mitte. Ist doch egal. Können wir nicht halten. Ich bin gut, ey. Ich bin gut. Ich bin gut, ey. Ich bin gut, ey. Das gibt doch Sinn. Hallo? Ach, lol. Er hat geflasht. Problem ist, keiner kommt hinterher. Ist das gerade hier so ein Ping-Battle, oder? Ja, siehst du doch. Du musst noch warten, bevor du weitere Signale auslösen kannst. Gut geplayt war das, ey. Er hat zwar gar nichts getroffen, aber ey. Boah, ein bisschen Kilo-peilige Scheiße. Er ist ein Brand. Er muss nix treffen. Er muss nur seine Ulti drücken. Das reicht. Wie man sehen kann. Scheinbar. Gold abbauen. Nein, es geht jetzt keiner in die Bot-Lane. Wir molen uns jetzt den Tower in die Mitte. Ja, schleuderst du sie oder nicht? Alle klar, mein Sion ja alleine. Sehr gut, sehr gut. Jeder macht, was er will, nur nicht das, was er soll. Gnarilein, was war das? Was? Warum nicht nur uns? Hi. Oh fuck. Ich bin so... Der macht so viel Schade. Du bist boosted für den, weißt du das? Weiß... Ja, ich... Ja, wir fallen hier in die Mitte. Ne, ne. Das wird... Ne, ne, ich hab Ult noch. Ach, das ist doch kein Mitte für... Piss dich. Geh raus. Was? Oh Gott. Oh, aha. Das hat wer getan. Oh, ne. Läuft, 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 läuft. Macht unglaublich viel Spaß. Sie macht aber auch schon. Das ist ja... Gut, Brand. Ja. Der Typ, ne? Der trifft keine Q. Das ist unglaublich. Muss er auch nicht. Siehst du doch. Es wird ihm aber vieles verinfacht. Hauptsache ist, er kann spammen, dass ich lebe. Oder halt eben auch nicht lebe. Ja. Das sind sehr wichtige Dinge. Kennst du das? Muss ein Brand spammen können. Weißt du, was auch sehr nutzvoll ist? Das hier. Ja. Weißt du, was auch sehr sinnvoll ist, dass wir jetzt alle hier sind und wir den nicht contesten können? Ne. Hallo. Bo. Seid doch, wir können den nicht contesten. Das hat keinen Sinn. Ich hab keinen Ult. So, tschüss. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise verpissen. Boah, wie lang ist denn die fucking Range? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Das tiltet mich. Dieses ganze Spiel tiltet mich schon von Anfang an. Und aktuell noch mehr. Ja. Tauer, please. Was ist das für eine Range, man? Die existiert nicht mehr. Oh, vier Leute Mitte. Echt super. Finde ich richtig super. Ja. Free Top Tower. Brand geht vor. Genau. Brand ist unser Tank. Deswegen geht er vor. Warte mal. Ja, natürlich. Vielleicht können wir die abfangen oder so. Warte, wen willst du abfangen? Abfarmen. Ja, super. Ich verstehe wie eine Falle drin ist. Warte, what? Sion kommt? Mh. Mh. Ein bisschen einfach. Ja, super. Oh, jetzt hat er's gut getroffen. LOL! Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Leute, fies. Raus. Raus. Macht keinen Sinn. Nidalee ist da. Wenn Nidalee trifft, macht Aua, wie du siehst. Vielleicht versucht sie irgendwas Extravagantes. Brand sollte da eigentlich nicht stehen. Aber er macht R und macht... Ja, aber er hat ihn zum vorderen. Ja, aber er hat ihn zum vorderen. Ja, aber er hat ihn zum vorderen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die kommen alle top, die kommen alle top, die kommen alle top, die kommen alle top. Die kommen alle top, die kommen alle top, die kommen alle top, die kommen alle top. Okay, raus, 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 raus. Jetzt einfach raus. Ja, wir versuchen rauszukommen. Laren? Laren? Mh, Sion ist jetzt aufgedruckt, aber die anderen hat das noch nicht zu. Ich bin immer worden. Ne, ich weine, dass man den theoretisch hätte machen können jetzt, weil wegen... Ist so. Aber gut, dann nicht. Ist das Vision? Oh, das weiß ich gar nicht. Das gibt Vision, ja. Oh, nice. Deswegen möchte man das ja immer ganz gerne haben. Warte, das geht so brand. Wenn, dann richtig. Jut, ähm. Okay, Bottlen ist miss, jeder ist miss. Klingt super. So. Jeder ist miss, jeder Schiss ist miss. Ach, ich lauf jetzt zum Drachen. Ping, ping. Ich kann aktuell nicht ping. Ich weiß auch nicht warum. Mein Stachel ist bereit. Warte mal, ich warte mal. Nö. Doch, da sind sie. Meinst du nicht, dass sie das weiß? Oh. Ich hatte gehofft, dass sie es nicht weiß und anscheinend wusste sie es auch nicht, weil sie sah sehr überrascht aus. Aber... Okay, da war ich mal. Naja, wir wären jetzt gezoned. Komm, lass uns zwischen unsere Tower gehen. Ich dachte, du hättest es schon geklärt. Den Pinkboard. Welchen Pinkboard? Aber kein Pinkboard drinnen. Ne, unten. Oh, what? Ne. Oh, ey, auf dich. Nein, wir können... Weg hier. Okay, hab ich nicht getroffen. Ich hab nicht getroffen. Oh Gott. Lauf. Ich hab nicht getroffen. Hm. Äh, die kommen halt zu. Weil ich, äh, alles abbekommen hab von Bryce. Und jetzt sind noch 200 Leben auf. Und super. Ich versuch zu kommen. Pass auf. Ja. Ich versuch hier noch ein bisschen die zu ärgern. Dass ich einfach da bin. Oh, und der AD ist gestirbt, was... Oh Gott, der Tod. Nein, die... 10 AP. Ich... Du hast einfach komplett in die. Ja, ist okay. Man, ich hasse mein Leben einfach. Keine Ahnung, Alter. Was ist das? Ja, doch, lass uns aufgeben. Das hat keinen Sinn. Dieses Spiel hat absolut keinen Sinn, ey. Ich spiel heute nicht mehr. Das ist mein letztes Spiel. Leck mich. Gott, ich spiel mir so eine dumme Grütze zusammen im Grade, weil mich hier alles tiltet. Ich glaub, die sind... Es sind mindestens vier Leute pre-made. Ja, höchstwahrscheinlich. Äh, das ist die besser spielen als wir pre-made. Ah. Na, kriegst du zumindest in Sion. Du kannst keine weiteren Signale. So, jetzt kann ich wieder keines älteren Signale. Na, gucken, wann es wieder kann. Brand hat im Übrigen Red Buff. Heißt, es ist noch nicht... Ganz, es ist noch nicht wusste, Red Buff Brand ist die neue Meta. So ist das. Ich hab 70 Farmen, ey. Nach 25 Minuten. Könnte auch einfach sagen, ich hab keinen Jungle. Na. Ja, Drake kriegen wir nicht. Drake ist weg. Den machen die jetzt. Oh, da kommt der schöne Geist angeflogen. Oh ne. Die haben's aber auch mit dem Jungle, oder? Ja. Natürlich. Tiltet den Scanner und das Spiel ist gewonnen. Machen sie sehr erfolgreich. Oh, fangen die Baron an? Naja. Nein. Aber die haben das Jungen angenommen. Okay, okay, okay. Klapp. Sind ich nur zu zweit? Wo ist der Rest? Wird nicht darauf weg. Alter, du blöde Missgeburt. AFK. Nö, kein Bock mehr. Brand gefährlich, ey. Brand wird auf jeden Fall reported. For tilting me. Alter, der macht mir 600 Schaden mit seiner Q. Wer? Der Rise. Tjo. Unlucky. Der macht eine Combo auf mich und weg. Okay, eine. Nein, Rise das sind... Nein, Brand das sind meine Qs. Ja, kriegst du sie oder kriegst du sie nicht. Nice, good job. Oh Gott. Das ist scheiße. Das ist... Okay. Oh Gott. Ja, nice knock-up. Nice knock-up. Muss man sagen, war ein geiler knock-up von mir. Boah, war knapp. Puh. Du kannst noch fokken. Vielleicht machst du Lucky Enkel. Der Brand hat seine Ulti. Der Brand hat seine Scheiß-Ulti noch. Will er mich verarschen? Die standen nicht gerade alle geklumpt. Er hat seine Ulti. Alter, das wäre doch perfektes Spiel. Der Fuderspieler. Ja, das ist ranked. Der ist richtig im Nachhinein. Ja, das ist ranked. So sieht ranked aus. Man könnte auch sagen, Clown Fiesta. Na gut, der Bottling Tower kriegt ein bisschen Schaden. Nicht Sion für alle anderen, weil er weiterbounced. Eventuell. Nein, er kann nicht ulten. Er muss pingen. Oh Gott. Ich hasse ihn. Wieso ist der... Nein, 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 nein. Verpiss dich. Geh weg von mir. Also... In den Jungle zu gehen? Doofe Idee. Sehr doofe Idee. Ach. Wenn du mir nochmal meinen Jungle gibst. Von mir aus kann er jetzt aber auf K gehen. Ist mir sowas von Latte. Zack, hab ich auch. Geil, wa? Der steht ja auf 8-1. Dann muss er den Schaden noch irgendwie nutzen. Nee. Theoretisch sollte er hingehen, dann sollte Schaden nutzen. Hm. Ich glaube, wenn du jetzt gegen den Bottling antrittst, verreckst du dann einfach mit 2 Sekunden. Nein, Mechaniker, wir werden nicht aufgeben. Du wirst andere Leute nicht zu Tode pingen, so wie du es bei uns gemacht hast. So, genug Geld. Yes. Dann gehen wir weiter tanken. Oha. Oh. Ich hab raus, 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 raus. Äh. Ich sag ich doch, ey. Oh. Weiter geht's. Oh, ich brauch mal Schuhe. Nein. Ich mein, ich bin so schlecht heute, das ist unglaublich, man. Ja, du kannst noch nichts gegen den machen. Das sei jetzt aber. Hoffen sie, please. Okay. Jetzt ist es auch ja. Ganz auf ping, ganz auf ping, ganz auf ping. Leute, wir müssen ganz auf ping. Okay, warte. Ich glaub, er hat mich noch nicht verstanden, dass er weg muss. Das ist so lächerlich. Alter, wieviel poked ihr oben? Wieviel poked ihr einfach, ähm. Guck mal, Brent, wir können zuerst auch demnächst zurück. Äh, super. Wir können... Niederley, was machst du da? Das ist mein Problem. Dieses Spiel ist einfach... Boah. Nein. Es macht einfach heute keinen Sinn. Es ist eindeutig ein Freitag. Eindeutig ein Freitag, wo du... Nein. ...die besten random Leute der Welt kriegst. Oder aber die tollsten Gegner der Welt. Aber ich muss auch sagen, ich bin heute nicht in der Lage, gut zu spielen. Das merke ich. Das sehe ich ein. Aber mich dann so abzutilgen... Ja, das... ...bringt's auch nicht vorwärts. Und ich dachte, wir werden viel poke. Ui. Wir haben keinen poke. Wollen wir den poke? Es real. Ja, es real, genau. Wir haben viel poke. Es real. Okay. Ui. Den zonen wir mal. Ja, los, tank noch ein bisschen. Tank noch ein bisschen. Sehr gut. Äh, passen sie auf, jo. Keine Ahnung, was er will. Aber ich habe ihn gerade für einen Kill gesorgt. Geh weg. Ey, wie hat mich alles erwischt hier. Na, guck mal. Seid ihr echt noch chaset? Ja, ich chaset sie jetzt. Bis zum Ende. Jetzt nicht mehr. Seidste, Ende. Okay. Weil die gerade pushen nicht mehr mit. Was? Der Typ, ne? Er nervt. Er nervt. Er nervt einfach noch. Sehr gut. Äh, hat ihn Nidalee im Übrigen. Den Red. Der, der, der hat das Leben verstanden. Nidalee hat den Red gerade gekriegt. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich weine. Naja gut, vier Level noch. Dann sind wir Level 18 alle. Also ich zumindest. Vier Level noch bei dir, jo. Sechs Level noch bei unserem Supporter. Wenn wir das erreicht haben, dann können wir spielen. Vorher sehe ich da eben gerade hier mit dem aktuellen so wie es ist. Keine Chance. No way. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Aufnahme läuft leider. Jo, was kommt wir jetzt? Äh, ich habe den Brand gemutet. Deswegen sehe ich nicht, was er schreibt. Was schreibt er denn? Weil ich denke mal, du hast ja eben gerade in Brand geschrieben, oder? Genau. Jo. Was hat er geschrieben? Ach ja. Von ihm oder was? Ja. 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 Weil er ja so ein Hardcarry ist. Weil er schon so gut dabei ist. Ehhh. So, die letzte Spielchen. Ah ne, wir haben kein letztes Spielchen mehr. Auch heftig. Ah, fahrradhaft. Ein bisschen Anlocking. Und ich bin weggewählt dazu von. Ja. Ah. Ah. Oh Gott, oh Gott. Hey, heute ist das Heustrecht. Der Wurm drin. Letzt, der ist echt gut. Ah. Der ist echt Cancer, der Typ. Der ist echt Cancer. Ja, mein Lieben. So schlecht kann man mal spielen. Heute läuft's richtig. Nein, ich wurde demoted. Falsch. Also. Was? Oh, Unlucky. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, tschüss.